Willkommen zu einem weiteren Let's Show Retro. Nintendo-Fanboy bin ich, das gebe ich gerne zu. Und dementsprechend dachte ich, gehe ich mal die Nintendo-Konsolen weiter durch. Nest und sogar den N64 hatte ich ja schon, N64 auch mehrmals, ich weiß. Aber den Game Boy habe ich bis jetzt schon komplett ignoriert. Deshalb dachte ich, mache ich mit einem weiteren Veteranen von Nintendo, nämlich mit Kirby weiter. Nämlich hier mit Kirby Streamlands 2 auf dem Game Boy. Und wie man unten so schon sieht, aus dem Jahr 95. Hauptentwickelt von Hell Laboratories. Auch mitverantwortlich unter anderem... Ups, falscher Knopf. Ähm, für die Smash Bros Reihe. Und der... Wir starten direkt, ein bisschen zu Kirby kann ich ja währenddessen noch erzählen. Wir starten von Level 1 im Grasland. Und dann kommen wir halt eben gleich mal zu ein paar von Curbys Fähigkeiten. Na ja klar, Kirby kann springen wie jeder Nintendo-Charakter, glaube ich. Aber man kann vor allem, wenn man steuerkreuz nach oben drückt, fliegen. Ich weiß gar nicht, ob in dem Spiel unendlich lang. Und auf B atmen halt eben wieder die Luft aus. Und man sieht, es gibt drei Level hier im Grasland und einen Bosskampf. Natürlich besonders in Kirby ist die Fähigkeit, Gegner einzusaugen. Entweder spuckt man sie dann wieder aus. Oder wenn man nach unten drückt, verdaut man sie. Hat jetzt in dem Fall nicht viel gebracht. Aber es wird auch noch Gegner ergeben, die haben besondere Fähigkeiten an Kirby weitergeben. Und das ist natürlich Kirby's große Spezialfähigkeit, für das ist Kirby auch bekannt. Ich weiß gar nicht, ob Kirby einen er oder einen siehst, um ehrlich zu sein gerade. Ne, die brauchen alle nichts. Natürlich auch den Charme der Spieler aus. Ha, getroffen. Leider kann man beim Spucken nicht nach oben ziehen, das ist ja sehr praktisch. Aber genau, man sieht, es gibt auch immer Sterne zu sammeln. Ich versuche die mal zu sammeln. Club Streamland 2 kenne ich so gar nicht. Ich habe 1 relativ viel gespielt auf dem Gameboy, aber zu 2 bin ich, glaube ich, gar nicht gekommen. Das weiß ich auch gerade nicht. Ist das ein Secret-Eingang? Ich glaube schon. Ob die Tiere, die man reiten kann, neu sind. Und hier haben wir auch unsere erste Fähigkeit, nämlich den Schirm. Das ist ein Heil-Item, das haben wir ja gar nicht nötig gerade. Und ihr seht, mit dem Schirm sinken wir auch langsamer. Wir können natürlich die Schlangentaste auch gedrückt halten. Dabei bleibt er schon die ganze Zeit ausgefunden. Ist ganz praktisch, weil ich erstmal bei. Vor allem, weil ich mit dem Schirm auch Gegner über mir platt machen kann, was sehr angenehm ist. Zack. Warum habe ich den jetzt nicht getroffen? Der ist echt in meinen eigenen Angriff gelaufen. Der Schirm macht Laune. Hä? Und jetzt auch, wenn wir kaputt gehen? Ja, Kirby ist halt eben einer der großen IPs von Nintendo, kann man nicht anders sagen, glaube ich. Und jeder kennt die kleine. Jetzt in dem Fall nicht rosa Knautschkugel, aber... Ja, gerade die Dreamland-Reihe ist, glaube ich, das Hauptspiel von Kirby. Es gibt relativ viele Ableger. Ich habe auf dem Gamecube irgendwann mal eine Art Rennspiel gespielt von Kirby. Das war eigentlich auch ganz lustig, dass man auf diesen Stern entlanggeritten ist. Das hat mir Spaß gemacht damals, obwohl es natürlich wenig mit dem eigentlichen Spiel zu tun hat. Und klar, gerade die bekannte Einsaugfähigkeit kennt man ja auch von Smash Bros. Ich glaube, das ist auch eine Fähigkeit. Auf Select kann ich das wegwerfen. Kann es aber auch dann wieder als Stern einsaugen. Aber leider habe ich da jetzt auch gerade den Feuerball mit eingesaugt. Deshalb habe ich den nicht benutzen konnte. Bisschen schade. Ich habe nämlich auch Crystal Shards für ein 3D... 3D ist es. N64. Fischkonsole. Und wir haben die Feuerfähigkeit. Und jetzt sind wir ein fieser Feuerball. Und der macht vor allem hier Laune, glaube ich. Jo. Und da kann man dann Fähigkeiten kombinieren, was da sehr, sehr lustig ist. Und auch unglaublich viele Möglichkeiten offenbart. Wenn ich da drüber nachdenke, kann ich eigentlich auch mal wieder Lust darauf. Und hier haben wir einen ersten Endgegner, oder eher Zwischengegner. Wir können halt eben die Sterne, die er da produziert auf dem Boden, die können wir verwenden, um ihn damit zu beschießen. Und ich habe aus Versehen meine Fähigkeit kaputt geschossen. Und dann muss ich es halt eben auf die reguläre Art und Weise machen. Oh, gleich zwei Sterne. Das hat ihm ordentlich Schaden gemacht. Na komm. Meistens sind die Bosskämpfe auf Körper auch beschränkt, wirklich darauf, dass man ausweicht, irgendwas einsammelt und Gegner damit beschießt dann. Und da kommt der Hamster, den wir auch schon eben im Vorspann gesehen haben. Oh, der speit Feuer. Das hat Stil. Das macht da echt Laune. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mit dem Hamster auch noch neue Fähigkeiten einsaugen kann. Deshalb behalte ich mal den Feuerspeier, weil der ist einfach nur episch. Ein feuerspeierender Hamster. Ich glaube gerade wegen sowas liebe ich auch die Curry-Spiele. Ich mag diese Einsaugfähigkeit auch, dass man einfach seine Gegner weiterverwendet, sage ich mal. Und ihre Fähigkeiten klaut kopiert. Macht auch bei Smash Bros. immer Spaß, dass man da die B-Attacke klaut. Und der Apfel, den können wir einsaugen, glaube ich, zum Heilen, aber haben wir ja gerade gar nicht nötig. Okay, der Hamster kann auch saugen. Ich mag den Hamster. Ich glaube, es wird da auch noch zwei weitere Tiere geben, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber jetzt habe ich das mit den Feuerspeiern, den epischen Hamster. Eigentlich bin ich ja gar nicht so der Hamster-Typ. Ihr wisst ja, wir haben ja Kaninchen, aber der ist cool und knuffig. Auch weil mir da gesessen hat und jetzt springt. Der macht mir Laune gerade. Sock, und dann gehen wir gleich mal zu Level 3. Die Musik ist auch knuffig. Ich frage mich auch, ob ich theoretisch mit dem Hamster-Typ drauf springen besiegen könnte. Nein, kann ich nicht. Nicht so wie in anderen Nintendo-Spielen. Ist ja auch in Ordnung, würde ich sagen. Dafür haben wir ja den Flammenwerfer. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch zum Bestes Pass über den Feuerspeiern in den Hamster hinwegkomme. Wenn ja, tut es mir leid. Ach ja, stimmt ja. Ich habe ja ganz vergessen, bis dahin gestartet bin. Oh, Maxi-Tomate. Zu erzählen Let's Show Retro. Die meisten von euch werden schon kennen, aber trotzdem will ich es halt eben mal erzählen. Das bedeutet, ich mache jetzt eine Folge von einem Retro-Spiel. Ich glaube, das jüngste, was ich habe, ist Digimon World von 2002. Also mindestens 15 Jahre alt für mich als Retro-Deklariert. Und ja, eine Folge zeige ich euch immer. Und wenn ihr wollt, dass es mir draus wird, dann müsst ihr einfach nur genügend Daumen auf dieses Video hinterlassen. Ich habe jetzt immer fünf Daumen genommen und ich bleibe auch bei den fünf Daumen. Also fünf Daumen hier, auf den ich das erste Let's Show. Und es wird ein vollwertiges Let's Play draus, das verspreche ich euch. Einmal hat es doch schon jetzt geklappt. Kann ich das irgendwie kaputt machen? Hm, keine Ahnung. Wahrscheinlich brauche ich da für eine andere Fähigkeit. Schade. Nicht nachkennen, was das ist. Nee, nicht wirklich. Wie gesagt, fünf Daumen hier drauf und ich verspreche, ein vollwertiges Let's Play wird draus. Einmal hat es doch schon mit Super Metroid geklappt und das Let's Play dazu fand ich auch echt klasse. Aber ich würde mich natürlich auch bei diesem Spiel freuen, wenn ein Let's Play draus wird. Das macht mir sehr viel Laune gerade. Vor allem, wenn es so weitergeht mit dem Feuerspein in den Hamster. Und ja, ich würde mich freuen und wenn es euch gefällt, lasst Daumen da und ihr seht mehr, klar. Aber jetzt gucken wir uns erst mal hier die Welt weiter an. Schade, dass ich später hat Kirby auch noch verschiedene Verhandlungen, zum Beispiel zu einem Stein, glaube ich, dass man da noch so was runterrutschen kann. Oder war das auch eine sammelbare Fähigkeit? Ich glaube, das war eher eine sammelbare Fähigkeit. Egal. Er ist halt eben, ich glaube, das zweite Kirby-Spiel überhaupt erst auf dem Game, bei 95, das sind 22 Jahre mittlerweile. Muss man natürlich auch mal bedenken, dass die Technik da einfach nicht so viele Möglichkeiten geboten hat. Aber irgendwie weiß ich nicht, wie man hier wirklich so richtig schön hoch springt, weil... Ich versuche schon immer im richtigen Moment A zu drücken, aber... Aber ich auch nicht genau weiß, was der Hamster mir für Vorteile bringt, außer dass er knuffig und extrem episch ist. Egal, ich behalte ihn. Und da haben wir einen der häufigsten Kirby-Gegner. Den Baum. Normalerweise sacken wir dem die Äpfel ein und beschießt den Dame. Ich kann aber auch einfach Feuer speilen, was hier mehr Stil hat. Und da sieht man ihn auch mal. Ah, Feuer bleib hier! Ah! Uh, Apfel! Apfel! Zum Glück kann ich mich nah genug ranstellen, dass mich so ein Stapel nicht trafen, was extrem entspannt ist. Und besiegt! Oh nein, er weint! Wo kommen die anderen beiden Kirby's da? Siegeshans! Und da können wir den berühmten Reisestern. Und der... Oh, der Hamster ist so knuffig! Ich glaube, das muss ich dir erzählen, dass ich einen Hamster haben will, nach dem Spiel. Und jetzt kommen wir in den großen Wald-Level 2 mit der Eule. Kirby sah eben nicht glücklich aus. Aber ich bleib natürlich erst mal bei Hamster. Hat er eigentlich auch einen Namen? Falls denn das Blatterhaus würde, mache ich mich darüber mal schlau. Obwohl ich auch vorher sehr cool finde. Aber ich glaube, ich möchte mal gucken, was wir uns sonst noch für Fähigkeiten hier erwarten. Das macht ja auch immer Laune. Hier interessiert mich alle nicht. Er hat keine Fähigkeiten. Der Pilzhut. Ich leide den Regenschirm... Oh nein, habt ihr gesehen, wie Kirby auf dem Regenschirm dann balanciert? Man fällt gerade auf, weil eben mit dem Hamster verliere ich die Fliegenfähigkeit. Ah, guck mal. So mache ich eher Schaden nach oben. Damit hätte ich dann vielleicht da das eine extra Item holen können. Kurze wir sind ganz cool, aber ein bisschen zu unflexibel. Ich guck mal, was es sonst noch so gibt. Das Feuer kennen wir ja schon. Das benutze ich nur als Wurfgeschoss. Geht's hier noch weiter? Nö. Ab durch die Tür. Ah, ich glaube, das ist eine neue Fähigkeit. Oder nicht? Autsch. Oh, und da ist die Eule. Die kann jetzt fliegen wieder. Und die hält die Kirby in ihren Krallen. Natürlich beherrschen wir nach wie vor das Einsam. Damit hängen kann man theoretisch in der Luft hängen. Das ist natürlich sehr praktisch. Hab getroffen. Oh, schade. Den Schirm hätte ich ganz gerne noch gesehen. Autsch. Oh, wie dick Kirby wird, wenn du was einsackt. Aber das ist ein Stoff. Ich glaube, die Dinger sind relativ unbesiegbar. Ja, der Schaden macht jetzt nur wenig, um ehrlich zu sein. Gucken wir uns doch mal die Feuereule an. Ah, die macht halt eben so schräg nach unten dann einen Angriff. Finde ich auch recht interessant. Bhalte ich erst mal bei, bis ich was anderes finde. Autsch. Ah, ich finde, der Angriff endet relativ abrupt. Ah, und hier ist schon Level N. Aber was gibt es hier oben dann noch? Oh, aber dafür gibt es hier noch eine Neufähigkeit. Eine, die wir vorher noch gar nicht hatten. Nämlich den Bumerang. Und der hat natürlich mit der Eule, mit den Fehlern extrem viel Stil. Ich glaube, Kirby wirft sonst einen Bumerang. Und was zu hamsten mit dem Bumerang macht, gar keine Ahnung. Ah, diesmal sind wir irgendwie besser gesprungen. Dankwürdig. Die Lohnungsmusik macht mich glücklich. Level 2. Gibt es hier auch einen Boden, oder fällt man hier ins Boden lose? Ah, es gibt auch einen Boden. Ist das eine Geheimtür? Keine Ahnung. Ah, wieder so ein Ding, aber dafür braucht man wieder eine andere Fähigkeit scheinbar. Hätte man dafür jetzt Feuer gebraucht? Egal, hier kriegen wir auf jeden Fall Bumerang wieder. Ich kann natürlich mal proben, ob ich hier das Feuer einsammle. Und dann nochmal durch die Tür gehen können. Ja, kann durch. Nee. Keine Ahnung, was man dafür für eine Fähigkeit braucht. Ah, ich glaube, ich hol mir den Bumerang zurück. Der ist echt cool. Ich glaube, auch richtig stark. Die Schwimmel würde mich jetzt auch interessieren, aber den kennen wir jetzt schon in zwei Varianten. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei dem Bumerang. Vor allem sind da die Federn, glaube ich, von der Eule, die da versprüht werden. Die sieht man ja an dem Muster. Und das finde ich jetzt auch sehr cool. Okay, nun müssen wir hin. Ach, hier ist die Tür. Ich glaube, von der Musik habe ich noch einen Ohrwurm. Nicht, dass es schlecht wäre. Aber ich dachte eigentlich, dass das Elektrogegner werden und dass man die einsaugen kann. Aber scheinbar habe ich mich da geirrt. Oh, aber das wäre, glaube ich, wieder ein neuer gewesen. Nicht umbringen, Klato. Nicht umbringen. Also natürlich nicht ich selber, aber auch nicht ein Gegner. Und wir haben Stacheln. Die auch sehr weit nach unten reichen. Meint ihr, das ist vielleicht dafür die Tür notwendig? Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal durch die Tür zurück kann. Nein. Bleib hier. Nerf mich nicht, komisches, ekliges Vieh. Ne, ich kann nicht mehr zurück. Schade. Naja. Ich weiß nicht, ob ich wirklich die Stacheln besser finde, als ein Bumerang, um ehrlich zu sein. Vor allem, die bleiben ja auch nur so wenig lange offen. Ich glaube, ich habe mir den Bumerang zurück. Hat sich bloß ein Bumerang erwischt und nicht die Stachelfiecher. Na okay, zwei Stacheln ergeben Stacheln. Oh, ich renne aber auch gerade an so viel Mist rein. Bisschen konzentrierter. Na, wie gesagt. Oh, jetzt habe ich zerstört seinen Mist. Die Stacheln bleiben halt eben nicht lange draußen. Und das wird dann schnell zum Verhängnis. Ich habe aber nicht gesagt, keine Resserts, hier wirklich jeden Block zu entfernen. Na, wie die Eule auch mittanzt. Ja, aber das war jetzt schon die erste Hälfte der zweiten Welt. Ah, da Game-Spiele meistens relativ kurz sind, halte ich auch den Part kurz. Ich weiß gar nicht, wie viele Welten hier noch kommen, aber zwei haben wir schon kennengelernt. Wenn ihr wollt, dass Merkur noch kommen. Wie gesagt, fünf Daumen auf das Video und ein Let's Play wird draus. Versprochen. Also, wenn ihr dann wollt, bis zum nächsten Mal. Ciao.